Also ich bin der Jürgen Schmidt, ich bin von den Grünen, bin eben Abgeordneter und ja, was machen Junge besser in der Politik? Ich finde einmal, es braucht ein Mix, es braucht junge Menschen, es braucht ältere Menschen, aber der Altersschnitt im Parlament ist im Moment 55 Jahre. Das heißt, der Mix ist nicht so ganz richtig. Das heißt, es sollten sich viel mehr Junge politisch engagieren. Und ja, was Junge besser machen, ist, dass sie in einem Fall in einer anderen Zeit aufgewachsen, als ich zum Beispiel aufgewachsen in einem Europa, wo es keinen Krieg mehr geben hat. Ich kenne das nur aus James-Moans-Filmen, ja, ich kenne, ich bin in einem vereinten Europa ohne Grenzen aufgewachsen. Ich will, dass das so bleibt. Ich bin aufgewachsen eben in einem Wien, wo die Mieten explodieren. Das ist keine alten Mietverträge für junge Leute. Ich bin aufgewachsen in einem Bildungssystem, in einer Schulklasse, die bunt war, wo nicht alle in Österreich geboren waren. Und ich finde diese Realität, die mittlerweile da ist, mit der wissen junge Menschen ganz anders umzugehen, als vielleicht viele, wo die Zeiten einfach früher mal anders waren.